Du hast den OME-TV-Weltrekord gebrochen in Erschrecken. Ich spüre es dir. Ich werde ein Video aus diesem Clip machen. Und jedes Mal, wenn du zuckst, kommt so ein Counter mit so einem Geräusch. Verstehst du? Nö. Wie mit Bart und so. Nein, bitte mach. So? Und dann so? Dann ist er weg oder was? Oder von oben nach unten? Was hast du lieber? Müsst ihr mir schon sagen. Verstehen. Weiß ich, was hast du... Hä? Du kannst es doch schon. Was ist denn da los jetzt? Mann, 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 Mann. Alter, legst du raus. Ach du Scheiße. Das schreckt mich nicht mehr. Das schreckt mich nicht mehr. Geht's wieder? Bitte nicht. Boah, Alter, was ist denn da los? Wie alt seid ihr denn? 15. Mann, ey, 15? Ja, aber lieber 15 als 14. Das ist immer ganz schlimm. Was macht ihr denn hier? Chillen. Chillen? Auch für mir TV? Ja. Und das mit 15? Ah, guck mal, du bist so unnustig. Ich höre der Spider-Man. Wie bitte? Alles unnustig. Ich find's lustig. Ich hab den innen aufgelenkt. Oh, was war das denn? Ehrlich? Da haben sich aber alle erschrocken. Ja, wirklich. Was ist denn da los? Reißt euch zusammen jetzt. Mann, Mann, Mann. Es gibt's ja wohl nicht. Jetzt werde ich aber langsam ganz böse hier. Hört mal. Ja. Meine Fresse. Ehrlich, ey. Ey, ich hab noch keinen hier getroffen, der sich so oft von derselben Scheiße erschrocken hat. Das ist voll komisch jetzt. Mann, 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 Mann. Alter, Hammer. Wirklich. Der Hammer. Wahnsinn. Ehrlich, ehrlich. Mann, Mann, Mann. Oh, okay. Gut. Sonst? Weißt du? Bitte was? Bitte? Ich weiß. Ich weiß wirklich. Nein, okay? Hab ich grad nicht verstanden? Nochmal? Er macht wieder sowas. Wieso? Pass auf. Pass auf. Ich muss ja hier immer auf irgendwelche Knöpfe drücken, ne? Ja. Auf meinen PC hier, damit das ja alles hier funktioniert. Also, soll ich das jetzt nochmal machen oder lieber nicht? Nein. Nein, bitte. Ehrlich nicht? Nein. Nein. Oh, wie weiß ich. Ich hab aber keinen Timer oder sowas. Das geht jetzt anders. Ich schwöre, ich klinge an. Hallo? Das wollte ich gar nicht ab. Das war voll kaputt. Ich wollte das gar nicht die ganze Zeit so einblenden. Wirklich. Wie wie ich die Aussicht mehr überhitze? Oh, scheiße. Was war das denn jetzt? Ehrlich, ey. Boah. Haben wir jetzt erst wieder beruhigt? Aber mich wundert das ein bisschen, dass du dich so erschreckst, weil ich bin der festen Überzeugung davon, dass Menschen sich nur erschrecken, wenn sie schlechtes Gewissen haben. Was hast du denn angestellt? Guck mal, wie sie guckt, wie sie guckt. Ich? Ich? Ich mach doch nix. Hast du noch nie Scheiße gebaut? Nein. Guck mal, wie sie guckt. Petz doch mal nicht. Jetzt hör auf. Hör mal auf zu petzen. Scheiße, ey. Richtig Stress. Alter, nein, bitte nicht. Ich guck gleich nicht mehr hin. Nein, dass wir versuchen, nicht zu erschrecken. Aber da wusstest du ja jetzt auch, dass was kommt, ne? Ja. Okay, dann machen wir gleich nochmal. Ich muss mir kurz was überlegen, wie ich euch ablenken kann. Könnt ihr mir sagen, pass auf, ich hab hier einen geilen Bus, das ist so eine Idioten-Test-Frage. Könnt ihr mir sagen, in welche Richtung dieser Bus fährt? Nach links oder nach rechts und warum? Er macht rechts Jumpscare. Nein, mach ich nicht. Doch, ich würde gerne machen. Ihr solltet sich jetzt auf den Bus konzentrieren. Nach da. Nach rechts. Ja, nach da, weil da hinten ist so Rücktür. Wohin fährt er jetzt? Nach rechts. Er fährt nicht nach rechts. Warum nicht? In welcher Richtung fährt er? Wirklich? Sag mal bitte, in welche Richtung? Ja, nach rechts. Er fährt nicht nach rechts. Warum nicht? Ja, das musst du mir doch sagen. Er fährt gar nicht. Ja, da nach links. Da musst du mir trotzdem sagen, warum? Alter, das war jetzt nicht die Assoziation. Mädels, wo sind denn da die Türen, mein Bus? Nee, äh, keine Ahnung. Mann, jetzt lasst mich bitte, ich bin wirklich dumm, ich krieg das nicht hin. Oh, nee. Bitte? Heißt doch, Kikker. Nochmal. Ey, Julian heißt ich da. Nein, das ist auch gelogen. Das ist fake. Das ist gelogen? Mhm, schreib's mal bitte in den Chat. Eine Ewigkeit später. Wie meinst du denn diese ganzen TikTok-Clips, wie die entstehen? Du machst mich nur blöd zu mir. Du machst mich nur blöd an. Ja. Ja, ich hab auch gespürt. Bitte? Ey, du hast den OmeTV-Weltrekord gebrochen in Erschrecken. Ich schwöre es dir. Ich werde ein Video, ich werde ein Video aus diesem Clip machen und jedes Mal, wenn du zuckst, kommt so ein Counter mit so einem Geräusch. Verstehst du? Und das werde ich als reines YouTube-Video hochladen. Nur das. Nur das. Bitte? Ja. Mehr. Du erschreckst dich nicht mehr? Ich schwöre. Ich hab ja noch einen anderen Jumpscare. Hab ich ja noch gar nicht gemacht. Bist du bereit? Ja? Drei. 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 Zwei. Drei, zwei, eins. Iiiiih. Boah, ich bin so eklig, Junge. Ich schwöre. Ja? Was? Warum finden sich alle immer hässlich, wenn die dich hier sehen? Alter, guck mal, wie ich aussehe. Man sieht irgendwie aus. Bitte? Also die in der Mitte, die hat so ein richtiges Synchrones. Gesicht, oder? Guck mal. Die hat die Haare gleich. Richtig die Augen, alles gleich. Bei der macht es keinen Unterschied, wenn die sich andersrum sieht. Bist. 20 Jahre lang. 23 Jahre lang. T Schild. 35 Jahre lang. ¿T Schild.